Und ein Moinsen zum Review und Preview-Podcast, wie man ihn kennt. Aufgenommen hier Donnerstagabend, morgen früh kommt der Online-Amt, Feiertagmorgen. Ich bin echt, muss ich gerade sagen, glücklich, dass dieses Saison dann auch nach Sonntag vorbei ist, weil jetzt gerade mit der Uni und Studienarbeiten und sowas in der Produngsphase gerade einiges geht. Da ist gut, dass jetzt nur noch das hier kommt gerade, oder halt nur noch die paar Videos jetzt kommen. Und dann wird erstmal eine kleine Pause sein und dann kommen irgendwann die Bekannten, Rückrundenzusammenschnitt, das bisschen, was halt da ist an Stadionvideos, Zusammenschnitt und vermutlich auch ein Best-of von den Live-Reaktionen. Genau, starten wir in den Podcast rein. Und ja, ich glaube, hätte mir irgendwer nach dem KSC-Spiel gesagt, Du bist komfortabel am letzten Spieltag auf dem zweiten Platz nur noch irgendwie abgefuckt, halt rechnerisch möglich, nicht 100% aufgestiegen, rechnerisch möglich noch auf den dritten zu rutschen. Aber du bist eigentlich mit dem normalen Denken aufgestiegen. Hätte ich dem sowas von ins Gesicht gelacht. Ich hätte den so hardcore ausgelacht. Nach der Leistung gegen Karlsruhe. Also das muss mir einer erzählen, wie sowas passiert. Du gewinnst 5-1 gegen Sandhausen. Gut, Heimspiel, lass ich doch irgendwie durchgehen. Dann gewinnst du auf einmal bei Nürnberg, der eigentlich auch einen Auf... Kein Aufwind, aber auch einen 6-0 davor hatten in Wiesbaden. Also eigentlich mit einem relativ guten Gefühl kommen. Gewinnst du 6-0 bei Nürnberg. Ihr habt es im Stream gesehen, ich war komplett perplex. Komplett. Natürlich spielt er noch rein, dass dann der HSV wieder den absoluten HSV-Move macht. Ich war ja schon mit dem 1-1 glücklich. Seit er einem das 1-1 geschossen hat, irgendwann am 80. oder sowas, war ich schon hochgradig glücklich. Ich habe gedacht, ja geil, unschieden, perfekt, schön noch aufgeholt, freut mich, reicht mir auch. Auch so sind wir mehr oder minder quasi sicher durch. Oder müssen wir einfach nur unsere Aufgabe erledigen zu Hause und nicht verlieren. Und dann fangen die sich mit der letzten Aktion. Er kommt zu einer Bogenlampe. Der Ball ist 8 Minuten in der Luft. Abgelegt, reingejagt. Vielleicht kennt ihr das Video auf Twitter, wo da jemand die Titanic-Musik ist, glaube ich, hintergelegt hat. Wahnsinn. Er schießt Heidenheim des 2-1 in der 95. Und der HSV ist gerade Vierter. Und stand jetzt haben sie genau den gleichen Move gemacht wie letztes Jahr und noch kurz vor Ende gejokt. Das wäre krank. Wenn der HSV es nicht schafft, in die Relegation zu kommen und es dann auch nicht schafft, aufzusteigen über die Relegation, das sind noch zwei große Hürden, die zu nehmen sind. Also, dann kann man den HSV böse gesagt wirklich mittlerweile eine Zweitligamannschaft nennen. Weil, sagen ja alle, je länger du in dieser Liga hängst, je länger du nicht aufsteigst, oder je länger es sich braucht, nicht aufzusteigen, desto länger wirst du in dieser Liga verbleiben. Bin bei Nürnberg sehr gespannt, unseren jetzigen Gegner. Die sollten es aber irgendwie schon packen. Dass sie da im letzten Spieltag nicht auch noch auf 16 rutschen, was ja auch noch rechnerisch möglich wäre, wenn die jetzt verlieren und der KSC zeitgleich Gewinn entführt. Aber ich denke nur, man soll sich schon irgendwie noch krettet haben. Das war das Beste für die am letzten Spieltag, aber die gehören ja auch mindestens in Liga 2, von dem her, sollte das hoffentlich so passen, dass sie drinbleiben und dann wieder eine bessere nächste Zweitligasaison spielen. Hannover, wenn wir uns mal unsere ganzen Mitabsteiger quasi angucken, sind ein Siebter, können wir noch auf den Sechsten hochrutschen. Also die haben vor allem jetzt im Endspurt nochmal echt, ich habe die Spiele nicht gesehen, aber so wie sie im tabellarischen Aufstieg hatten, ganz hohe Leistungen gezeigt. Also bei denen, die können durchaus nächste Saison im Aufstiegsrennen mitspielen, wobei natürlich auch wieder spannend wird, wenn der HSV tatsächlich nicht aufsteigt. Dann hast du den HSV, dann hast du Hannover, dann hast du, von mir aus die auch noch oben angeklopft haben, hast du Darmstadt auf jeden Fall. So Dauerbrenner ist ja auch immer so, sollte Heidenheim die Relegation nicht packen, stand jetzt. Da ist Heidenheim noch mit drin, so Dauerbrenner wie Darmstadt oder Fürth ist auch irgendwie so ein bisschen immer dabei. St. Pauli von mir ist auch noch vom großen Namen her. Irgendeine Überraschungsmannschaft gibt es immer, wie z.B. Bielefeld. Oder, mein Bielefeld ist ja auch vom Namen her ein großer Klub, so in der 2. Liga, aber es hätte keiner gedacht, dass sie so souverän diese Saison runterspielen. Ich glaube, zwei Niederlagen, junger Vater, also Respekt und Hochverdiener aufgestiegen. Und dann können ja theoretisch noch, klar sind halt auch Relegationen, dann heißt Heidenheim oder halt Bremen. Beziehungsweise, das heißt, ich labere mich im Kopf und Kragen, Bremen und Relegation. Bremen wäre schön, wenn sie in die Relegationen kommen, aber die sind Stand jetzt noch relativ wahrscheinlich abgestiegen. Da müsste schon noch ordentlich was passieren im letzten Spieltag. Dann hast du auf jeden Fall Bremen noch unten mit dabei. Und dann hast du noch, wer ist da abgestiegen, Paderborn mit dabei. Auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass die direkt wieder ein Aufstiegssanitrat sein werden. Und dann hast du noch, je nach Relegation, hast du halt noch Düsseldorf oder Heidenheim oder HSV oder sowas dabei. Also die 2. Liga wird nicht einfacher nächstes Jahr für Nürnberg und Hannover und sowas. Also wenn es unsere Mitabsteiger anzieht. Also extrem gut, dass wir jetzt da raus sind scheinbar. Auch rein fußballerisch und von Attraktivität, weil du kannst wirklich maximal ein Jahr kannst du diese Liga reinziehen. Also als HSV-Fan wäre ich so angepisst, wenn ich das dritte Jahr am Stück wieder auf Aufstieg hoffen muss. Dann weiß ich eh, du kannst dich auf die Mannschaft nicht verlassen, wenn es darauf ankommt. Also ich fühle ja sowas von safe mit, weil ich dachte ja auch nach dem KSC, wie gesagt, habe ich am HSV hier glaube ich auch im Podcast gratuliert, dass die es jetzt gepackt haben. Ja, wir können es extrem glücklich schätzen, da wir aufgestiegen sind, außer es passieren wilde Dinge zum Spiel. Das war einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, aber es war eine eiskalte Machtdemonstration. Also wirklich, Silas mit einer Bude direkt am Anfang, Nürnberg extrem, extrem fehlerbehaftet, extrem unsicher und dann schießt halt Vikingshandhausen, du schießt aus jedem fucking Schuss oder jede Aktion nach vorne, ist gefährlich. Du warst da und dachtest dir, what the fuck, hä, ist das mein Klub, wenn er gerade spielt, wenn du dir die Spiele anguckst, die wir seit Corona gezeigt haben. Und dann muss ich wirklich auch mal hinterfragen, ich nehme es gerne mit. Und, ne, geil, wir sind aufgestiegen, waren ein bisschen perplex auch im Stream. Ich nehme es gerne mit, da kommt jetzt keine große Euphorie auf, habe ich auch schon öfter gesagt, weil es einfach nur eine Korrektur ist von dieser absolut ekelhaften Trecksaison, letzte Saison. Und auch diese Saison bei weitem, bei weitem, weg von irgendeiner Form von Souveränität oder, ne, irgendwo in die Richtung geht, null. Das war wieder mehr HSV als wir und jetzt halt wir am Ende letzten zwei Spiele, die konnte man genießen, aber sonst gab es wirklich wenige Spiele, die ich richtig geil fand in dieser Zweitliga-Saison. Also es ist eine schwere Geburt gewesen am Ende des Tages, aber wir sind aufgestiegen, das braucht man auch schon allein zum Angucken, weil kein Mensch braucht noch mal in der Zweitliga. Kein Mensch, wirklich. Auch für mich habe ich deutlich mehr Bock drauf, dann nächstes Saison auf irgendwelche Auswärtsspiele oder, keine Ahnung, wahrscheinlich am Anfang auch nicht ins Stadion dürfen, aber halt allgemein auf Spiele zu reagieren, gegen die Bayern gehen, gegen Dortmund gehen. Auch wenn du auf die Fresse bekommst, aber es hat einfach nur was anderes. Von mir aus auch gegen Frankfurt und so Sachen, ne. Und was anderes ist, wenn du hier gegen Sandhausen und so Geschichten halt Reaktionen machst. Das ist ja gar nicht irgendwie so No-Front-mäßig, es ist halt einfach Fakt. Und da muss ich, das wollte ich eigentlich gerade anschlagen, da muss ich Matarazzo, würde ich persönlich gerne fragen, warum er jetzt umgestellt hatte, weil es hat ja funktioniert. Und es ist mir auch wirklich überhaupt, überhaupt gar nicht aufgefallen überhaupt. Das habe ich nie benannt oder so, es ist mir nie aufgefallen. Ich habe es einfach so genommen, weil ich gar nicht mehr im Kopf hatte. Der hat ja, als er angefangen hat, dieses Dreierkette und dann im Defensivsinn Fünferkette mit González und Silas als verkappte Links- und Rechtsverteidiger, Links- und Rechtsaußenverteidiger. Hat der ja gespielt und es hat funktioniert. Also wir waren ja vor der Corona-Phase deutlich besser als danach. Klar, gegen Bielefeld hätte ich vielleicht noch zu Hause ein bisschen mehr rausholen können, ein bisschen mehr Risiko geben können. Du hast auch Domen Fürth verloren, wo ich dabei war und so Geschichten. Aber du hattest eigentlich an sich das Gefühl, okay, läuft er ganz gut. Auch dann gegen Heidenheim direkt am Anfang gewonnen. Und da hast du die ganze Zeit 3-5-2 oder nicht 3-5-2, irgendeine Dreier-Fünferketten-Mix gespielt. Nach vorne Dreierkette und volle Karacho da vorne. Wir hatten wirklich gefühlt vier, fünfer da vorne drin. Und das hat man jetzt gesehen gegen Sandhausen. Auch vorne volle Karacho drauf. Die Abwehr stand auch relativ sicher, weil einfach von den beiden Gegnern Nürnberg und Sandhausen auch nicht viel kam. Aber volle Karne vorne drauf. Fehler provoziert. Kiste eiskalt gemacht. Und Salles wird langsam einer, der eiskalt die Kisten macht. Silas hat sich scheinbar im Abschluss auch ein bisschen verbessert. Das sieht schon alles gar nicht so verkehrt aus. Und da muss ich fragen, warum spielst du dann gegen Wiesbaden, Kiel und Co.? Warum zockst du dann auf einmal da eine Viererkette? Warum? Das ist mir jetzt erst aufgefallen, weil es wieder umgestellt wurde und es wieder läuft. Weil diese zwei Spiele waren so, so, so viel besser als diese Spiele gegen Wiesbaden und sowas. Warum hast du dann davor irgendwie umgestellt? Das muss ich nicht verstehen. Das ist mir wie gesagt auch gerade erst eingefallen. Aber warum? Du hast die ganze Viererkette gezockt. Stänzel rechts, Moder links und sowas. Auch alles okay. Der Karl ist ja auch keine Ausrede dafür, dass du die Formationsprobleme, dass du nicht gegen Wiesbaden sowas gewinnst. Also bei Gott nicht. Die gewinnst du ja auch mit jeglicher Formation, wenn du dich gescheit anstellst. Aber scheinbar liegt es ja wirklich zum großen Teil an der Formation. Da hieß es nach dem Spiel, es hat Klick gemacht bei uns. Ja, liegt das vielleicht an der Formation, dass man wieder da so spielt, wie es schon mal Klick gemacht hat? Wie es am Anfang auch funktioniert? Also das ist wirklich so eine Frage, die ich mir stelle, weil ich raffe es nicht. Ich raffe es wirklich nur, warum er jetzt auf eine Dreiererkette wieder gewechselt hat und es läuft. Dann muss man die Rückfrage stellen, warum hast du davor überhaupt umgestellt auf eine Viererkette? Aber wir nehmen es so mit, es passt. Wir sind jetzt doch irgendwie aufgestiegen. Nächste Saison müssen sie dann aber trotzdem, zurück zu dem Punkt nach dem Motto Euphorie und Co., müssen sie trotzdem liefern. Eine Saison spielen, du wirst im Abstiegskampf sein. Safe. Du wirst im Abstiegskampf vorbei sein. Aber auf jeden Fall die Saison halten, mit dem Gefühl, wir haben verdient, die Saison zu halten. So, du musst es dir nochmal neu beweisen. Der Kader muss beweisen und man muss halt wieder ein bisschen mehr, oder ich zumindest, ein bisschen mehr die Nähe zum Kader finden. Was aber auch schon so ein paar Videos auf Twitter und so eigentlich schon ein bisschen mitgeholfen haben, wenn da irgendwelche Gommes-Songs abgefeiert wurden und Gonzalez da rumtanzt. Das scheint schon ein sympathischer Haufen zu sein, aber es gab halt so viele Drecksleistungen. Letzte Saison vor allem am Abstieg und jetzt die Saison ja auch gegen Kiel, Wiesbaden und so und KSC. Theo, die dachte, das geil, wir steigen nicht auf, wir sind zu blöd dafür. Aber jetzt nach den letzten zwei Siegen jetzt hier und dann nachdem, was gegen Darmstadt passiert, kann man schon doch ganz zufrieden sein am Ende oder halt einen positiven Ausblick nehmen. Aufstellung, ja, war eh kein großes Ding dann am Ende. Die Davi auch weiterhin verletzt und dann hat die Aufstellung so gepasst. Ich gehe mal zu einer Million Prozent davon aus, dass im letzten Spiel den Gommes spielen wird. Ist ja sein letztes Spiel bei uns, der hat er auf. Er hört bei uns auf, ob danach irgendwo weiter Fußballspielen geht, kein Plan, aber er hört bei uns auf. Ist natürlich irgendwie komisch dann. Aber zumindest komisch, dass er in der zweiten Liga aufhört. So ein Spieler mit so einer Karriere hört er in der zweiten Liga auf, ist echt schade. Und ohne Fans und nichts, also da hoffe ich mal, dass es vielleicht noch wirklich irgendwas in die Richtung Abschlussspiel gibt oder zumindest wenn er wieder Stadions in die Fans, wenn Fans wieder ins Stadion dürfen, dass du dann nochmal den halt irgendwo vor dem Spiel nochmal nimmst und den nochmal quasi offiziell halt für die Karriere quasi Standing Ovations geben kannst. Aber der wird ziemlich sicher spielen als letztes Spiel, weil er gegen Darmstadt seinen Job erledigen muss. Ich hoffe mal, du gewinnst das wenigstens auch noch und hast irgendwie ein halbwegs ansehnliches Spiel, nicht irgendwie so ein Rotz dann für den Stream auch dann, weil dann so anderthalb Stunden verbrauchtes Kackspiel hat auch kein Mensch Bock drauf. Aber der wird auf jeden Fall spielen, gegen Darmstadt braucht man wirklich nichts anderes zu machen, außer gucken, dass wir jetzt nicht unbedingt mit 0 zu 7 verlieren und dann Heidenheim währenddessen auch mit 0 zu 8 gewinnt oder sowas in Bielefeld, dann ist ja alles in Ordnung. Genau. Kempf wird fehlen, jetzt wird es wieder ein bisschen durcheinander. Kempf wird fehlen, der hat sich leider an der Schulter verletzt. Was war es? Eine Schulter-Eck-Gelenksprengung. Das klingt schon mal nicht so geil. Gucken wir mal, wie lange der dann effektiv ausfällt. Mislint hat wieder so ein bisschen, keine Ahnung, der hat irgendwie Bock drauf, die falschen Worte zu finden. Mislint hat ein bisschen kritisiert, wie viel Anspruch man ins Team hatte und sowas. Quasi auch nochmal in Richtung schwieriges Umfeld mäßig, keine Ahnung. Also manchmal, es scheint ja schon ein Typ mit Krips zu sein, aber manchmal, keine Ahnung. Nur mal zweimal drüber nachdenken, was man irgendwie sagt, weil das ist dann wirklich so quasi eine Kritik irgendwie an die Fans, die die Spieler und alle seit Jahrhunderten durch die Gegend oder einfach die Spieler halt tragen. Egal, was da für eine Scheiße läuft, die Fans sind dabei. Also manchmal so ein bisschen gucken, was man da sagt. Ich habe das auch ganz lustig, was ich gelesen habe oder gehört habe, was der Matarazzo noch erzählt hat, dass die auf der Bank dann tatsächlich ab dem 6 zu 0 Heimings Geico geschaut haben. Da gab es wieder kurz auch diesen Pressebereich. Auf der Banken so ein Aufschrei, es ist 2-1 dann von Heidenheim, viel richtig geile Aktion. Das ist, wie gesagt, ein bisschen quer. Jetzt kommen auch ein paar Transfällgerüchte und sowas rein. Heute, am Donnerstag, hat uns der Max Kruse ein bisschen verarscht mit der Insta-Story beim VfB und sowas, war aber nur, um aufmerksam zu machen auf eine, ich weiß gar nicht genau, was das genau ist, aber es geht darum, dass er irgendwo Gründer oder Leitender ist von einer Aktion für sauberes Trinkwasser, was in Stuttgart ist. Deswegen war er da und hat dann quasi so ein bisschen soziales Experiment mäßig ein bisschen getrollt. Aber den könnte ich definitiv feiern, wenn der zu uns kommen würde, aber es sieht ja dann doch nicht so aus danach. Hier ist ja die Bundesliga ab 2021 von ZDF Sport. Jetzt wissen wir auch, wie die rechte Vergabe ist ab 2021. Also eigentlich fast sogar eigentlich besser als letztes Mal. Die Freitagabendspiele in der Bundesliga, wo wir hoffentlich sind, ich gehe jetzt nur die Bundesliga-Zeiten durch, werden auf der Zone gezeigt. Samstag löppt alles auf Sky und die ganzen Sonnenspiele laufen alle auf der Zone. Das war es schon. Die Highlights laufen auf dem ZDF, ARD und sowas. Ich glaube, die haben auch sogar irgendwelche Online-Richte jetzt, dass sie es auch online posten dürfen und sowas. Also es sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. In der zweiten Liga kommt dann noch, das läuft alles auf Sky in der zweiten Liga und das Topspiel des Samstagabends läuft auch noch auf Sky Sport, äh, auf Sport 1. Kurz verlesen hier. Aber dann ist das eigentlich in Ordnung so. Ab 2021 hast du halt The Zone und Sky, die das zeigen. The Zone hat dann auch echt einige Rechte bekommen. Die Sonntagsspiele, die Freitagsspiele, ist es schon nicht schlecht. Und Sky bleibt weiterhin der Super-Samstag auf Sky. Und dann ist das eigentlich ganz in Ordnung von der Verteilung. Es sind halt zwei, zwei Pakete, ne? Und Zusammenfassung weiter eben, Free-TV und auch online und sowas. Also eigentlich gar nicht so verkehrt. Ähm, wir gucken, ob der Zone dann immer noch so mehr oder minder günstig bleibt oder ob sich dann auch eine Preiserhöhung ergibt. Wichtiger Hinweis vom VfB gab es, dass mir jetzt keiner hier irgendwie denkt, wir machen eine große Aufstiegsparty am Sonntag und treffen uns vor der VfB-Rennen gegen Darmstadt. Braucht natürlich kein Mensch in Corona-Phasen. Ein guter Aufruf. Was ich ja heute noch gelesen habe, was ich ein bisschen, ein bisschen wild finde, ähm, vom Daschökerer Zeitung tatsächlich. Der Artikel ist jetzt irgendwie gerade weg. Hier. Äh, VfB geht fast 13 Millionen Euro für Spielerberater aus. Also what the fuck? 13 Mille für Spielerberater. Also, auf einmal, wenn man jetzt mal guckt, hier steht im Artikel auf Rang 2 Volk Tannover mit Auszahlung in einer Spielerberaterinhöhe von 3,3. Was ist denn das für ein Unterschied? Warum zahlst du rund 12,6 Millionen Euro für Beratungsleistungen und sowas? Weiß nicht, ob das auf diese Saison anspielt oder noch auf die letzte. Ähm, kommt mir nicht ganz klar raus. Ja, können auch aufs Geschäftsjahr von 2018, 2019 gehen, aber egal welches Jahr, 13 Millionen, das ist ein Unterschied zu Platz 2 von 10 Millionen. Was soll denn der blöde Bullshit? Warum zahlst du so krank viel für Spielerberater? Was rechtfertigt ist überhaupt? Ich habe keinen Einblick, was Spielerberater genau machen oder warum die so viel Kohle bekommen. Was die dann für ihre Tätigkeiten bekommen, muss ja abartig sein. Ähm, hier keine Akolo-Millionen für den VfB, das ist natürlich auch relativ wild, ähm, weil die jetzt dann doch irgendwie, es hieß ja, dass es keine Absteuer gibt in der Liga und Akolo wäre mit seinem Globo auf dem Abstiegsplatz, jetzt heißt es dann doch wieder, gibt es ja auch ständig, das ist das Ding, zum Glück haben wir diese fucking Saison doch am Ende zu Ende gespielt. Also, zum Glück aus der Sicht, dass jetzt bei uns ja alles relativ flüssig gelaufen ist beim VfB und allgemeine Liga oder allgemeine ersten Zwei-Ligen, bis auf Dresden, die halt komplett gefickt wurden. Das tut mir immer noch leid. Es gibt auch die Interviews jetzt mit Trainer und Co., wo sich Sky auch ein paar dumme Fragen geleistet hat. Na, was bringt das 1-0 hier und sowas? Und ja, wir haben doch noch eine Chance mit 15 Toren, Unterschied und sowas. Ja, wirklich direkt feiern diese Sky-Monks. Also, tut mir leid, solche dumme Fragen zu stellen, dann irgendeine Scheiße zu labern von wegen, auch zum Spieler so eine Scheiße zu labern von wegen, ja, na, ich bin älter als sie. Das gab es schon mal. Da haben die dann 12-0 gewonnen. Also, bitte, wie kann man so überhaupt null, gar keine, null Einfühlsamkeit haben und überhaupt kein Taktgefühl für sowas. Wahnsinn. Aber hier bei der Colos sieht es dann so aus, dass die halt doch irgendwie abgestiegen wären, aber diese 4 Millionen oder 3,5 Millionen Ablöse hängen dann irgendwie sowieso nicht am Abstieg oder so. Kein blassen Dunst. Ähm, ich glaube, da liegt es jetzt eher daran, ob dann Amillon überhaupt noch zahlungsfähig ist mit Corona und Abstieg und alles, weil die, manche schreiben, es hängt am Abstieg, mit Kaufpflicht mäßig, manche schreiben, es hängt nicht daran und die Kaufpflicht zieht auch so, I don't know, die Millionen würden wir auf jeden Fall gerne mitnehmen. Hier den Gomez-Abstieg, äh, Abschied haben wir, haben wir schon, haben wir schon durch. Hier Tim Leibold, ne, ist ein Gerücht, dass er zu uns zurückkommen könnte, das war ja sowieso schon quasi letzte Saison, nachdem Nürnberg schon quasi feststand, dass die absteigen, dass er sie oben schon in der Liga bleibt, dann haben wir den. Also zum HSV, die kriegen es ja scheinbar nicht hin aufzusteigen. Ähm, und nachdem wir es jetzt tun, scheint eine Rückkehr auch möglich zu sein, wäre ich absolut nicht, äh, absolut nicht abgeneigt. Also da ist, da werden auch viele andere Klubs wahrscheinlich noch dran, sondern echt eine starke Saison spielt. Gerade auf links fehlt uns irgendeiner mit richtiger Konstanz. Und so ist er halt halt in der Rückhand, der hat aber bisher auch noch nicht so richtig eingeschlagen. Mola geht ja auch auf, auf Linksverteidiger-Position ganz in Ordnung, aber der ist ja eigentlich dann schon mehr in die Richtung ZM, oder kann auch da ZDM spielen. Also das wäre ein geiler Transfer, muss ja gucken, wie viel der Spaß, dann kostet er es ja noch ewig an HSV gebunden, glaube ich. Da können natürlich dann der mögliche Nichtaufstieg vom HSV natürlich helfen. Wieder mal tausende Klubs am Mangala dran, ist auch nichts Neues, ich hoffe, den können wir behalten. Sitzen wir an der langeren Strippe, haben ja auch einen relativ langen Vertrag, glaube ich, bei ihm. Der Meiner ist bei uns ein Hannover-Gerücht, aber auch bei Gladbach und sowas. Ich glaube, das ist mehr oder minder hinfällig, den bekommen wir, glaube ich, nicht. Das wäre auch wieder ein offensiver Flügelspieler. Da Anton von Hannover, auch wieder einer, wäre bei uns im Gespräch, Innenverteidigertalent von Hannover, spielt auch in irgendwelchen U-Nationalmannschaften, glaube ich, kann auch zentral defensiv spielen und alles, also den fände ich an sich echt nicht verkehrt, weil in der Abwehr brauchst du auf jeden Fall was, wenn ich jetzt Richtung Badstuber gucke und sowas, da könntest du echt gut einen gebrauchen, fände ich nicht schlecht. Kommen wir noch kurz zur Fülle, zur Vollständigkeit in die Statistik rein, Fußballdaten, die regelt man wieder, und da gegen Darmstadt, ja, haben wir 1-1 gespielt in der Hinrunde, 2016-2-2 in Darmstadt, 2-0 gewonnen zu Hause, halt zu Hause haben wir das letzte Mal 1976 dort verloren, also wir haben da generell gegen Darmstadt eine ganz gute Statistik, aber solange wir da keine Vollscheiße bauen am Sonntag, ist der Aufstieg ja sowieso zum Glück geregelt und da können wir auch, wenn wir auch die Ergebnisse wieder einblenden, immer im Stream, wie ihr es kennt, im Overlay, vor allem drauf gucken, was macht der HSV und was macht Heidenheim? Ich hatte überlegt, ob ich das auch noch im Abstiegskampf mache mit Chaosruhe und Nürnberg, aber ich glaube, das ist relativ sicher, dass das dann Nürnberg schon irgendwie hinbekommen wird, auf 15 zu bleiben, denn dafür müsste der KSC in Fürth gewinnen, was erstmal nicht so einfach ist und Nürnberg müsste in Kiel verlieren, genau. Beim HSV ist es so, dass halt Heidenheim ein Punkt vom HSV ist, da HSV auch mal ein besseres Torverhältnis hat, das ist, boah, das könnte echt ein enges Ding werden und ich könnte es mir auch fast vorstellen, dass der HSV tatsächlich eine Regulation schaffen könnte. Da HSV spielt zu Hause gegen Sandhausen, da kannst du schon mal gewinnen und wenn der HSV gewinnt, dann muss halt Heidenheim in Bielefeld auch gewinnen und das stelle ich mir schon mehr und minder schwieriger vor, auch wenn sich Bielefeld jetzt da als letztes Spiel geleistet hat, dass er nach einem, war es noch eine 3-0-Führung, muss ich mal kurz spontan gucken, äh, ne, 2-1, ne, doch, zählt, doch, 0-3 haben die geführt und haben noch ein 3-3 in Karlsruhe aufholen lassen vom KSC, man muss ja gucken, wie ernst sie das noch nehmen, aber auch ohne, aber ich denke auch ohne, auch ohne Zuschauer werden die schon noch ihr letztes Heimspiel mit hier, weiß ich gar nicht, ob die eine Meisterschale übergeben bekommen in der Corona-Zeit, aber eigentlich ja schon, ähm, dass die da halt dann nochmal einen guten Abschluss suchen, das wird halt echt nicht einfach für Heidenheim. Die kommen jetzt natürlich mit Mega-Wind, der HSV nicht, aber dass der HSV gegen Sandhausen zu Hause gewinnt, das ist schon auf jeden Fall möglich, man muss da, muss Heidenheim halt in Bielefeld auch gewinnen. Also ich sehe da fast sogar einfach wegen den Partien in den HSV, obwohl es ein Punkt hinter denen sind, nochmal ein Vorteil, weil solange der HSV einen Punkt holt gegen Sandhausen, sind sie punktgleich und haben ein besseres Tor, weil dann sind sie Dritter, ähm, und dann Heidenheim ist, äh, und in Bielefeld verliert, dann ist HSV aufgestiegen, äh, aufgestiegen, in der Relegation dann gegen, vermutlich, das wissen wir am Samstag dann ja schon, vermutlich gegen Düsseldorf. Also Heidenheim muss da wirklich fast in Bielefeld gewinnen, um sich sicher zu sein, weil egal was, was Heiden, was der HSV macht, an Punkte holen, dann muss Heidenheim gewinnen. Holt der HSV einen Punkt, muss Heidenheim gewinnen. Gewinnt der HSV, muss Heidenheim gewinnen. Also Heidenheim muss eigentlich gewinnen in Bielefeld und das ist gar nicht mehr so einfach, glaube ich. Aber schauen wir mal, wäre natürlich krass, wenn sich Heidenheim für so eine Saison belohnt, wäre auch absolut hoch verdient, genauso wie Nürnberg und so, äh, wie Nürnberg, wie Bielefeld und sowas, weil es einfach nochmal andere Voraussetzungen sind als beim HSV und bei uns und sowas mit Etat und allem, hätten dies einfach von dem Verhältnis verdient aufzusteigen. So, ich bin gespannt, was da jetzt rauskommt. Ich glaube, ich habe von meinen ganzen offenen Tabs hier nichts vergessen, was ich ansprechen wollte. Ich glaube nicht. Wären natürlich immer mehr noch die ganzen Transfergerüchte und sowas jetzt alle noch in die Richtung kommen. Ich habe auch gar keinen Plan, wann die Bundesliga jetzt beginnt. Da kann ich jetzt nochmal kurz gucken, ob man das schon weiß, wann der Bundesliga Stadion in der nächsten Saison ist. Würde mich interessieren. Aha, das wissen wir also schon. Okay. Am Wochenende vom 23. August, also am 21. August beginnt die Bundesliga. Okay, dann wissen wir das jetzt auch. War mir auch so überhaupt nicht bekannt oder hatte ich gerade nicht so im Kopf. Nicht schlecht. Dann haben wir da auf jeden Fall noch einige Gerüchte, glaube ich, durchzugehen. Je nachdem, ob ich diesen Podcast dann noch groß weiterführe. Wie gesagt, jetzt ist ja gerade Studiumzeug, einiges am Tun. Aber dann später in der in der semesterfreien Zeit kann man da auf jeden Fall wieder mehr zum VfB kommen. Saisonprognose und sowas wurde es sich ja auch gewünscht. Kann man alles umsetzen. Nehmen wir noch kurz hier den Link mit. Ihr kriegt ja wie immer die ganzen Quellen hinterlegt in den Videos, dass ihr dann nochmal nachgucken könnt. Auch wenn jetzt eigentlich nie irgendwie Quellen jetzt krass Ewigkeiten zitiere oder sowas. Und dann würde ich sagen, reicht es auch wieder 25 Minuten. Wir haben das Spiel dann gegen Darmstadt. Morgen oder heute Mittag, heute Abend kommt dann die Stream-Ankündigung, die ich auf jeden Fall schon weiß, für nächste Saison werde ich die nicht mehr weitermachen. Diese Stream-Ankündigung braucht eigentlich kein Mensch. Die werde ich nicht mehr machen. Dann wird es eh mal spannend, was ich in der nächsten Saison mache. Da muss ich wieder oder muss ich muss ich nicht, aber möchte eigentlich so ziemlich jede Saison irgendwie noch andere Designs und so ein anderes Ding geben, was sich dann durch die Saison zieht. Da wird es wahrscheinlich erstmal auch gleich bleiben mit halt Trailern und dann möglichen Stadion-Videos und Livestreams und diesen Podcast-Geschichten hier halt. Aber dann auf jeden Fall schon mal keine Stream-Ankündigung mehr. Die braucht es halt nicht. Auch für die Fülle nicht. Genau, das Spiel gibt es am Sonntag, Trailer am Samstag und dann wird es noch quasi eine Review zum Darmstadt-Spiel geben, was dann mehr oder minder dann auch eine Art Saison-Fazit wird dann. Und dann, wie gesagt, gibt es erstmal eine kleinere Pause. Meine Prüfungsphase geht offiziell bis zum 5.8. Danach geht es direkt weiter mit einem Ferienjob. Also jetzt kein so ein vierwöchiger Ferienjob, aber halt so ein knapp zweiwöchiger Job auch in die Richtung hier von Videos und sowas. Also weil ich da auch was zu tun haben, muss man mal gucken, was dann genau kommt. Aber ich hoffe mal vor dem nächsten Saisonstart kommen noch diese Videos, Rückrunde, Stadion-Vlog, Best-of und Livestreams Best-of. Und dann ist ja die Saison schon relativ fix, weil ich glaube, mein Ferienjob geht relativ fix wieder weiter. Ich glaube, mein Ferienjob, wenn ich es richtig im Kopf habe, geht bis zum 20.8. Und dann ist er direkt schon am 21.8. Geht die Bundesliga wieder los. Vermutlich erstmal ohne Fans. Mal gucken, wie lange sich das noch zieht, dass wir wieder ins Stadion dürfen. Und dann, na, gut was zu tun. Also der Kanal bleibt nicht ewig stumm. Der wird jetzt wahrscheinlich nur dann, keine Ahnung, wird er sowieso weniger, weil es keine Saison mehr ist. Aber wie gesagt, die Videos, die ich gerade genannt habe, werden halt noch irgendwann kommen vor der Bundesliga-Saison. Wann kann ich noch nicht sagen, noch nicht garantieren. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen auf den verschiedenen Plattformen. Lasst wie immer Kommentare da und so weiter und so fort. Und dann bis zum nächsten Mal.